Die dümmsten Fehler von Sängerinnen, wenn es um ihren Gesang geht. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin zertifizierter Vocal Coach hier im Tanja Levy Vocal Studio und ich möchte dir helfen, eine starke Stimme zu bekommen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und heute schauen wir uns mal die dümmsten Fehler an, die unsere Sängerinnen hier gemacht haben in chronologischer Reihenfolge. Und dabei habe ich über zwölf Jahre Recherche reingebracht, denn ich bin schon seit 2011 Vocal Coach, man kann es kaum glauben. Und auch endlich mit meinem Studio seit vielen, vielen Jahren. So, wir starten jetzt mal mit Nummer 1. Du hast nicht rechtzeitig deinen Vocal Coach gewechselt und das ist etwas, was ich super, super oft hier höre. Nicht rechtzeitig seinen Vocal Coach wechseln bedeutet, dass du dich in deinem eigenen Fortschritt verhinderst. Also ich kann total verstehen, dass du sagst, und ich fühle mich so wohl und irgendwie traue ich mich nicht und der Vocal Coach ist doch so nett und ich war jetzt schon so viele Jahre bei dem. Aber das hindert deinen Entwicklungsschritt. Und ein guter und professioneller Vocal Coach, der wird das auch verstehen. Also irgendwann ist für jeden Schüler mal so eine Zeit gekommen, wo man auch mal ein bisschen nach außen schnuppern will. Oftmals kommt man auch wieder zurück. Vielleicht bleibt man auch jahrelang bei einer Person. Aber das hat auch viel damit zu tun, ob sich dein Vocal Coach weiterentwickelt, weiter Fortbildung macht und sich weiter in dem Beruf entwickelt, sodass er dir dann bessere Hilfestellung geben kann. Aber was viele bereut haben, ist, dass sie im Schnitt viel zu lange dabei geblieben sind. Meistens merkt der Sänger schon nach der dritten, vierten, fünften Stunde, irgendwie passt das nicht. Ich finde nicht so richtig die Lösungen. Ich verstehe die Technik nicht oder es wird mich hier nicht gut erklärt. Ich weiß immer noch nicht, was ich mache. Und wenn du dieses Gefühl ziemlich lange hast, dann ist es an der Zeit zu wechseln und weiter zu schnuppern. Nummer zwei. Was ich, ich glaube, das höre ich fast am meisten, ist das Thema Alter. Warum habe ich bloß so spät angefangen zu singen? Also das ist das größte Problem, dass viele Sängerinnen hier reinkommen und sich Fragen stellen wie Ist es schon zu spät für eine Gesangskarriere? Kann ich denn auch mit den jungen Leuten mithalten? Wer will mich denn überhaupt noch singen hören? Kann ich überhaupt nachholen, was XY schon in diesen zehn Jahren gemacht hat? Das ist ein ganz großes Problem, ist dieses Ich-hab-den-Zug-verpasst-Mentalität. Und ich wünschte, ich hätte die Zeit zurückgedreht und wäre vielleicht doch noch Musical-Darsteller oder Sängerin geworden. Du, ganz ehrlich, ja, uns allen geht es so, jeder von uns hat so einen Punkt, wo wir sagen, ich wünschte, ich hätte das früher gemacht, aber jetzt bist du ja hier. Und jetzt ist das, das ist es ja, was zählt, ist, dass du jetzt angefangen hast, damit was zu machen. Und du bist jetzt dahin gekommen und du hast jetzt die Entscheidung getroffen, du willst jetzt Gas geben. Und logisch kannst du auch zu einem gewissen Grad auch richtig Gas geben und die Zeit auch nachholen in deinem Tempo. Also nur weil jemand 20 ist, heißt es nicht, dass er besser singt als jemand, der 30 ist. Das ist so individuell und hat ganz viel was mit dir zu tun. Aber ja, du kannst auch die Sachen relativ schnell nochmal nachholen und dich reinknien und das hat was mit dir selber zu tun. Wenn du jeden Tag an deinem Gesang arbeitest und dich reinkniest, eine Übung machst, dir eine Problemzone kennst im Gesang, jetzt Gas gibst, kannst du es viel schneller umdrehen. Dann kannst du in zwei Jahren was draus machen oder in einem Jahr als jemand, der 20 ist und gerade angefangen hat. Der andere Punkt ist, zu viele bereuen es nicht, rechtzeitig Hilfe geholt zu haben. Und das ist nämlich so der dritte Punkt zum Thema Sänger lassen wirklich auf sich warten, was das betrifft. Oft ist die Stimme schon stimmkrank, oft hat man viel zu lange schon mit der falschen Gesangstechnik gesungen. Oft war man schon bei einem Vocal Coach, wo man das Gefühl hat, man hat nicht so viel gelernt. Oft hat man sich schon in die Heiserkeit gesungen und kommt aus diesen Kreisläufen nicht mehr raus. Also die Stimme ist sehr, sehr lange nachgiebig. Du kannst ziemlich lange auch mit einer falschen Gesangstechnik singen gehen, auf der Bühne sein und irgendwann mal schlägt es zurück. Bei einigen viel schneller. Also wenn ich mit einer falschen Gesangstechnik singe, dann merke ich das sofort. Bei anderen ist es was anderes. Aber viele bereuen es, dass sie viel zu lange darauf gewartet haben, dass sie sich krank gesungen haben, heiser waren, falsche Techniken gelernt haben. Und das hat Probleme bereitet im Muskel, anatomische und gesundheitliche Probleme, sowohl als auch mentale Probleme. Und da bereuen es viele Sängerinnen, dass sie nicht viel, viel früher schon Hefe gesucht haben, früher zum Logopäden gegangen sind, früher eine Auszeit genommen haben, früher eventuell auch eine Lebensmittelumstellung oder vielleicht auch aufgehört haben zu rauchen, etc., etc., etc. Das ist auch so ein Punkt, den ich hier ganz häufig sehe. Ein anderer Punkt, und der ist fast schon so gekoppelt mit dem einen Punkt, den ich genannt habe, ist, die Ängste waren zu dominant. Also viele Sänger und Sängerinnen beklagen, dass sie sich so sehr von ihren Ängsten haben leiten lassen, dass sie zu spät Gas gegeben haben oder dass sie die Angst einfach alles abgebremst hat. Also das heißt, diese mentale Blockade, diese Mindset-Blockade, dass man auch alles, was rund ums Thema sängerische Mindset ist, hat bei den Sängern so ein Problem dargestellt. Und die Angst hat einfach Überhand genommen. Und dann hat man gar nicht richtig diesen Weg nochmal für sich selber entdeckt oder ist da nochmal rangegangen. Und das ist etwas, was ich regelmäßig von Sängern höre, gerade so in dem Alter Anfang 30, Mitte 30, Anfang 40, dass viele Sängerinnen auch wieder sagen, meine Angst stand mir so im Weg, diesen Traum zu verfolgen, diese Schritte zu gehen, dass ich da in meinem Leben einfach stecken geblieben bin. Und deswegen, Leute, bitte achtet darauf, schaut genau hin, welche Angst bremst euch denn jetzt genau ab? Das muss man einmal identifizieren. Welche Angst ist es genau? Nicht gehört, nicht gesehen zu werden, Angst davor, erfolgreich zu sein oder man erlaubt sich die Dinge nicht etc. etc. Das können viele, viele Punkte sein. Dazu haben wir übrigens auch den Sänger-Mindset-Kurs. Den kannst du dir downloaden. Der geht über drei Stunden und hat super viele Inhalte rund um das Thema Mindset und die psychologischen Säulen. Und da zeige ich dir alle Techniken, die ich selber angewandt habe, damit ich erfolgreiche Unternehmerin bin und selber erfolgreich auch als Sängerin unterwegs bin. Es gibt natürlich super viele Punkte, aber ich lese mal jetzt noch einen Punkt vor und zwar zu wenig Fokus auf Social Media gesetzt. Social Media ist mittlerweile ein Grundbaustein deines sängerischen Daseins und du musst lernen und wissen, wie du diese Plattform bedienen kannst. Und ich weiß, wir haben alle nicht so wirklich Bock drauf. Auch ich habe da nicht immer Lust drauf auf Instagram und jetzt doch nochmal rausgehen und doch nochmal irgendwie was zu erzählen. Aber ich meine, ich mache es gerne, weil ich spreche gerne ja auch mit unserer Zuhörerschaft, mit unseren starken Stimmen. Aber auch ich habe mal so Tage, wo ich denke, da würde ich jetzt doch mal ganz, ganz gerne lieber vielleicht doch nochmal irgendwie mich zurückhalten und vielleicht mal zu Hause auf der Couch sitzen. Aber nicht, wenn du deine Single promoten willst. Nicht, wenn du rausgehen willst und doch nochmal ein Turnaround für dich in deinem Leben machen möchtest. Nicht, wenn du Geld damit verdienen willst. Nicht, wenn du erfolgreich damit sein willst. Dann hast du 0,0. Du hast gar keine Entschuldigung. Du hast keine Entschuldigung. Du musst rausgehen. Du musst Gas geben. Du musst aufhören, dich mit anderen zu vergleichen. Jeder ist individuell. Die Stimme ist anatomisch individuell. Jeder von uns hat einen sängerischen Footprint. Ja, also wie mein Daumen hier auch seinen Print hat, so hat unsere Stimme auch einen Print. Du musst ganz dringend aufhören, dich mit anderen zu vergleichen. Junge, jünger, schöner, schlanker, besser, schneller, weiter, völlig egal. Wir alle haben unsere Zuhörerschaft. Das ist das Wichtigste. Du wirst deine Zuhörerschaft finden, indem du weißt, wer du bist als Sängerin und was du zu erzählen hast mit deinen Geschichten und darauf kommt es an. Dann nutzt das Social Media ganz gezielt für dich, um deine Musik zu zeigen, um dich zu zeigen, um nach außen zu treten und auch um an Gigs zu kommen und auch Reichweite zu bekommen. Dafür musst du es sehen und dann irgendwann kommt dann der Spaß mit dazu und wenn nicht, gibt es auch andere Dinge, wo man Spaß hat im Leben. Ja, also dann, auch dann kann man das als Job sehen, indem man sagt, hey, ich habe jetzt meine Sachen fertig gemacht und abends gehe ich mit meiner Familie spazieren oder schwimmen und mache was anderes. Das heißt, koppel das dann, lernt das dann halt zu differenzieren. Aber das eine, was Sängerin auch mitunter am meisten bereuen, ist, sie haben Social Media nicht für sich selber genutzt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare rein. Gibt es noch Punkte, die ich vergessen habe? Bestimmt super viel. Schreibt es doch mal unten rein in die Kommentare. Was gibt es eigentlich noch für Punkte, die man unten aufschreiben müsste, was die dümmsten Fehler der Sängerin sind. Das sind super viele. Ich habe auch ganz viele peinliche, zum Beispiel wie total schlecht angezogen gewesen und super schief gesungen. Das gab auch mal solche Punkte oder, weiß ich nicht, von der Treppe runtergeflogen, direkt nach dem Gig, wo das noch das Publikum sehen konnte, am High Heel ausgerutscht. Also ich habe auch ganz viele peinliche Bühneeskapaden, außer dass ich mich komplett mal versungen habe in einem Song und die Töne nicht getroffen habe und weggebrochen sind. Alles schon erlebt, Leute. Schreibt mal eure dümmsten Fehler rein oder die Fehler, die ihr am meisten bereut, die euch wirklich gehindert haben in eurer sängerischen Weiterentwicklung. Über ein Abonnement würde ich mich super freuen. Und natürlich auch einen Daumen hoch. Und wir sind auch auf anderen Social Media Plattformen wie TikTok und Instagram, außer bei LinkedIn. Dort bin ich nicht. Dort kannst du mich nicht suchen und wirst mich auch nicht finden. Aber ich bin auf meiner Website für Einzelunterricht, für den Künstleraufbau, für die Gesangsausbildung bei uns und für alle anderen Workshops und Programme, die wir hier wirklich laufend anbieten. Wir haben ein tolles Geschenk im Newsletter für dich, ein Gesangstagebuch, wenn du dich einträgst. Und wie gesagt, Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und jetzt geh raus, rock das Ding. Bis zum nächsten Mal.